Servus und Willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe heute für euch den Nike McGrill Vapor 8 in der Cristiano Ronaldo Version und wie der Schuh aussieht, das erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020